Schließ mal die Augen. Du bist an einem wunderschönen Ort. Dieser wunderschöne Ort ist dort, wo du dann singen wirst. Für die einen ist dieser wunderschöne Ort eine tolle Bühne, wo der Vorhang rot ist und wo ganz viele Stühle sind, über tausend Stühle, wo dann später, wenn die Abendkasse auf ist, das Publikum reinkommt und sich dann verteilt auf die vielen Stühle. Und so langsam wird es Zeit, dass du dir deine wunderschönen Kleider anziehst, damit dann wirklich der ganze Saal voll wird mit all deinen Freunden, die dich singen hören werden. Und dann fühlt sich alles. Und dann wird es still. Und alles wird dunkel. Und in der Garderobe wird es dunkel. Du sitzt in der Garderobe und da wird es dunkel. Und draußen wird es dunkel im Saal. Langsam gehen die Lichter wieder an. Und du trittst auf die Bühne. Und dann macht's. Dann geht der Vorhang. Und deine ganzen Freunde sitzen da. Die sind ganz gespannt auf dich. Und das Lied beginnt. Das erste Lied beginnt. Und du beginnst zu singen. Du beginnst zu singen leise Töne. Laute Töne. Und so wie du dich fühlst, je nachdem, über was du singst. Die Augen von deiner besten Freundin und deiner Mama, deinem Papa, deinen Geschwistern sind ganz die Leuchten und alle Lächeln. Du hast keine Angst. Du hast keinen Lampenfieber. Und du singst und singst und singst. Alle weinen, weil du so schön singst. Verrührung. Und du weinst auch fast, weil es so ein wunderschöner Abend ist. Und so ganz, ganz viele Leute sind wirklich da. Auch Leute, die du gar nicht kennst. und alle finden dich toll. Und alle weinen so ein bisschen. Auf jeden Fall hat jeder so ein Lächeln auf dem Gesicht. Und dann geht das Konzert wirklich eine wunderbare Zeit. Vielleicht sind ja sogar Tänzer auf der Bühne. Du hast auch einen super tollen Blickkontakt mit deiner Band, ja? Mit den Gitarristen, mit den Pianisten, mit allen möglichen Leuten auf der Bühne. Und so ist es wunderbar, wunderschön. Und der Chor singt mit dir. Und plötzlich werden die so richtig schön laut. Und dann wieder etwas leiser. Und es ist ein wunderschöner Abend. Und dann geht's zum letzten Lied. Dann verlässt du die Bühne und die Band auch. Und dann gibt's einen tosenden Applaus. Und Zuckerberufe. Ihr lasst euch noch ein bisschen feiern. Reagiert noch gar nicht. Die Zuckerberufe, die werden noch fehlen. Lauter. Und plötzlich kommt dann wieder zurück auf die Bühne. Und spielt noch ein wunderschönes Lied. Und noch ein Lied. Alle sind total begeistert von den Liedern, die ihr dann noch als Zugabe spielt. Und dann ist das Konzert zu Ende. Und ihr umarmt euch. Der Vorhang geht zu. Und ihr umarmt euch. Die ganze Band ist glücklich. Der ganze Chor ist total fröhlich. Und alle sind mega happy. Die Leute von der Technik, die das Licht gemacht haben, das Bühnenbild. Deine Leute, die irgendwie dich geschminkt haben für das Konzert. Alle rennen aufeinander zu und umarmen sich mit Tränen in den Augen. Und in der Kasse sind ganz viele Einnahmen von allen Leuten, die Eintritt bezahlt haben. Und das und das wird dann geteilt durch alle Leute. Und es war in jeder Hinsicht ein wunderschöner, erfolgreicher Abend.